Heute erkläre ich, wie du im Elementor hier die globalen Farben und Schriften einstellst und wozu das am Ende alles gut ist. Und jetzt geht's los! Um eine Website zu erstellen, die verkauft und mit der du lange zufrieden bist, empfehle ich dir, deine Farben und Schriften einmal zentral festzulegen. Dazu nutzt du einfach deine Markenfarben und deine Markenschriften. Und die kannst du zum Beispiel hier im Style Sheet ja schon mal eingegeben haben. Jeder hat ja Farben, die er nutzt und Schriften, die er nutzt. Dazu habe ich so eine Vorlage erstellt. Das Style Sheet verlinke ich auch in den Shownotes. Und das kann man im Elementor einstellen. Und zwar, ich zeige nochmal, wie ich da hingekommen bin. Ich habe hier mal eine Beispielseite erstellt. Du kannst hier einfach draufklicken und kommst auf der linken Seite ist das und kommst hier auf die Website-Einstellungen. Das ist das, was wir nutzen wollen. Nämlich, einmal angeklickt, kannst du hier die Farben und die Schriften und jede Menge wirklich einstellen. Und ich zeige dir einmal, was ich immer einstelle oder welche Einstellungen ich auch empfehle. Wir haben hier einmal die globalen Farben. Die kannst du ja im besten Fall einfach hier aus deinem Style Sheet rauskopieren. Ich habe hier schon mal was eingegeben und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man diese Farben auch beschreibt. Also, dass man denen Namen gibt, mit denen man später wieder zurechtkommt. Ich habe hier zum Beispiel, bei Elementor ist das so vorgegeben, es gibt eine Primary, eine Secondary und dann gibt es hier eine Schrift und einen Akzent. Ich habe das schon mal auf Deutsch übersetzt. Also, die Primary, dafür werden immer, die wird einfach erst mal zentral, sieht man hier, den Überschriften zugeordnet. Außer, man stellt es anders ein. Also, würde ich dir schon mal empfehlen, bei der Primary gibst du da eine Farbe ein, die dir für deine Überschriften auch gefällt. Dann kann man den Elementor so nutzen, wie er ab Werk eingestellt ist. Dann gibt es hier eine sekundäre, die ist für Hintergründe zum Beispiel. Da habe ich hier, diese Kundenstimmen sind da zum Beispiel drauf. Und dann haben wir hier eine Schrift. Also, ich habe die Schrift hier einfach mal in schwarz eingestellt. Und es gibt einen Akzent. Und der Akzent, das ist tatsächlich fast immer die Farbe für die Buttons. Und das ist auch, da ist der Elementor so ein bisschen buggy. Das ist schwierig, das auch anders einzustellen. Also, wenn du manchmal die Farben deiner Buttons ändern willst und das klappt nicht so richtig, dann liegt das dran, dass der Elementor immer auf diese Akzentfarbe zurückgreift. Auch wenn du was anderes einstellen möchtest in den globalen Farben, dann nutzt du einfach das, wie es der Elementor vorgegeben haben will und nutzt diese Farbe und schon kannst du es trotzdem irgendwie ändern. Und dann gibt es nochmal individuelle Farben. Ich habe zum Beispiel hier einen hellen Hintergrund eingestellt. Ich würde das hier, dieses Weiß, würde ich mit heller Hintergrund zuweisen und würde aber dieses Weiß mit Schrift hell zuweisen. Warum ich da einen Unterschied mache? Das ist übrigens der Geheimtipp. Den parate ich aber erst am Ende des Videos, wenn ich zeige, wie ich das im Alltag so nutze, dass es wirklich unfassbare Zeitersparnisse gibt. Genau. Und dann habe ich hier einmal die Linkfarbe eingestellt. Die ist nochmal in so einem Türkis, denn das Gelb gefällt mir nicht. Das hat nicht so einen guten Kontrast. Und damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Ich habe auch hier, ne, dunkel, das ist, das hier ist ja zweimal dieselbe Schrift. Und da habe ich es aber genauso gemacht wie bei den Hintergründen. Ich habe einmal die Überschriften, also ich habe extra zugeordnet hier diese Überschriften und habe einmal hier diesen dunklen Hintergrund zugeordnet. Jetzt gehen wir mal da wieder raus und schauen uns mal die Schriftarten an. Da gibt es nämlich globale Schriftarten und da gibt es auch vier Stück, die vom Elementor schon vorgegeben sind und die nutze ich tatsächlich auch immer ganz gerne. Denn Primary, das sind die Überschriften, da habe ich einmal diese Schrift als Überschrift vorgegeben in einem Schriftschnitt 600. Da habe ich keinen besonderen Stil oder so vorgegeben, das habe ich alles so gelassen und habe einmal noch eine Sekundäre eingegeben in einem Schriftschnitt 400, falls ich mal irgendwie eine Subline oder so machen will, dann kann ich die Sekundäre zuweisen. Und dann habe ich Text, das ist mein Fließtext, das ist einfach ein ganz schlichter, habe ich jetzt mal Roboto gesagt, mit einem Schriftschnitt 400 und habe dann noch einen Akzent und der Akzent ist bei mir immer die Schrift, die auf den Buttons kommt. Und da habe ich einfach 500 eingegeben, also ein bisschen stärkere Schrift und habe das auch in Großbuchstaben umgewandelt, weil ich das ganz gerne mag, wenn auf den Buttons nochmal so groß geschrieben wird, so nutze ich das. Das, was ich auf jeden Fall dann immer noch style, sind die Buttons und da sieht man es dann schon, hier in der Typografie, da sieht man es schon, diese kleine blaue Erdkugel ist an, das heißt, hier ist eine globale Farbe zugeordnet, nämlich der Akzent. Und die Textfarbe hier ist schwarz und die Farbe der Buttons ist gelb. Und wenn ich auf den Hover klicke, dann ist hier, sollte die Textfarbe gelb sein, das klappt auch und es sollte eigentlich, sollte hier der dunkle Hintergrund kommen, wenn ich da drüber hovere, das kann der Elementor jetzt schon wieder nicht anzeigen, müsste ich ein Kit aufmachen, um das zu lösen. Da habe ich die Buttons einmal gestylt und ganz wichtig, jetzt verrate ich noch so einen Trick, bei den Buttons ganz wichtig in der Typografie, dass wir hier nochmal reingehen und eine Zusatzbelegung machen, nämlich bei der Auszeichnung, ganz wichtig, hier keine. Warum? Wenn wir später angeben, da gehe ich nämlich auch immer noch rein, hier in die Typografie, da gehen wir dann nämlich rein und stylen als erstes den Body, da ist die Textfarbe, hier habe ich zugewiesen, die Schrift dunkel, die Typo ist zugewiesen, Text, super und dann haben wir die Links, die habe ich hier in der Farbe zugewiesen, die auch die Linkfarbe ist und habe die Typo, würde ich jetzt einfach mal Text nehmen und würde aber noch den Zusatz machen, na, dass ich das gerne hier unterstrichen habe, denn im Internet ist gelernt, Links sind nicht nur bunt, die sind auch unterstrichen, aber alle Button Texte sind auch links und wenn wir da nicht eingeben, dass die nicht, also dass die keine Auszeichnung haben, dann sind auch alle Buttons unterstrichen und das sieht überhaupt nicht gut aus. Die ganzen Überschriften, die würde ich jetzt zu Primary zuordnen und das sieht man hier auch schon, da leuchtet schon, da leuchtet schon das kleine, die kleine Erdkugel und hier kommt auch jedes Mal schon Primary und wenn man hier in der Farbe nichts zuordnet, dann ist automatisch die Primärfarbe zugeordnet und die Texte sind in diesem dunklen Petrol. Was kann man hier noch alles festlegen, zum Beispiel die Bilder oder auch Formularfelder kann man hier einmal global stylen, man kann die Website-Informationen eingeben, also das Logo und auch das Favicon, das konnte man früher nur im Customizer, man kann aber auch allgemein den Seitenhintergrund eingeben und also es ist wirklich, es ist richtig gut geworden, wichtig ist nur, dass man am Ende hier auch speichert, sonst verliert man nämlich diese Informationen und jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich euch einfach nochmal zeige, wie ich damit im Alltag arbeite und warum das so richtig gut ist, diese Einstellungen zu nutzen, denn wenn ich eine Seite erstelle und mir ein neues Widget reinhole, dazu mache ich das hier mal zu, wenn ich eine Seite erstelle und ein neues Widget dazu hole und dann hole ich mir eine Überschrift zum Beispiel und dann ist die Überschrift schon so vorbelegt, wie ich das wirklich in den globalen Einstellungen eingegeben habe und das wird, sieht man hier auch, ne? Hier ist die Primary zugeordnet und auch hier, ne? Und das wird auch nicht geändert, also die Einstellungen dieser Widgets ändere ich als Webdesignerin wirklich nur, wenn es einen krassen Notfall oder wirklich Need gibt, bedeutet. Wenn ich jetzt eine Überschrift hole und merke, ach du lieber Gott, das kann man ja gar nicht lesen, Petrol auf Petrol ist einfach nichts, ne? Und dann würde ich das zuordnen auf und zwar nicht hell Hintergrund, sondern schrifthell. Warum würde ich das machen? Weil, wenn ich jetzt jemals in so einen Moment komme, wo ich denke, oh irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon fünf Jahre selbstständig, irgendwie habe ich mich ein bisschen verändert und ich bin das nicht mehr, dieses dunkle Petrol oder dieses Sonnengelb, das ist mir irgendwie nichts mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ach irgendwie, ich weiß nicht und dann können wir ganz zentral in den Website-Einstellungen zum Beispiel in den globalen Farben sagen, wir nehmen jetzt das Gelb und machen da so ein bisschen ein Senfgelb drüber, weil wir einfach uns, wir sind viel naturnäher und haben uns da einfach so ein bisschen hin entwickelt und dann würden wir zum Beispiel auch dieses Petrol nochmal, ach so, jetzt bin ich bei den Überschriften, da können wir es jetzt gerade nicht sehen. Moment, muss ich hierhin in den dunklen Hintergrund, dann würden wir auch zum Beispiel dieses Petrol ein bisschen dahingehend ändern, dass das vielleicht ein bisschen, ne, dass das vielleicht ein bisschen mehr ein Waldton ist und nicht ein Wasserton und schon haben wir durch eine ganz kleine Anpassung, haben wir schon wirklich ein ganz anderes Branding, also das sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber das ist das, was uns im Alltag zuarbeitet, dass wir ganz schnell einfach die komplette Webseite ändern können, wir können zum Beispiel auch da sagen, nee, wir haben irgendwie viel mehr Männer als Kunden, wir machen die Buttons jetzt mal eckiger und die kriegen vielleicht auch irgendwie, die kriegen vielleicht auch einen Rahmen, also auch da könnte man ja vielleicht sagen, das ist jetzt hier so unser Ding und schon haben wir und das zieht sich, wenn man die Einstellungen nicht verändert, zieht sich das durch die komplette Webseite, also die Buttons würden jetzt auf der kompletten Webseite so aussehen und das ist wirklich was, wo ich sage, dass damit kann man einfach flitzeschnell arbeiten, damit kann man rucki zucki Webseiten erstellen, man kann die für Jahre irgendwie aktuell halten, weil kleine Anpassungen im Design nicht bedeuten, dass man auf jede einzelne Seite geht, dass man jedes einzelne Wort markiert, dass man jeden einzelnen Button umstylt, sondern man macht das einmal global und das zieht sich durch und das ist wirklich was, was ich unfassbar mag und das gilt übrigens auch und da merkt man jetzt, warum ich das alles einzeln zugewiesen habe, warum ich die Farben zugewiesen habe für die hellen Hintergründe, die dunklen Hintergründe, die hellen Schriften, ich könnte dann nämlich hier auch einfach sagen, bei der hellen Schrift, da würde ich jetzt gerne so ein ganz helles Grün nehmen und dann sind aber nur die hellen Schriften geändert und nicht die hellen Hintergründe und so kann ich wirklich ganz schnell mit wenigen Klicks ganz viel anpassen und das ist wirklich was, wo ich sage, das ist eine Funktion im Elementor, da lohnt sich die Pro-Version jeder einzelne Cent, weil ich da Zeit spare ohne Ende und man muss sich das halt einfach mal übers Jahr rechnen, wenn ich halt sehe und ich verlinke euch unten auch nochmal die Pro-Version, wenn ich halt sehe, die kostet mich ja 5 Euro oder was im Monat und dafür kann ich aber so schnell wirklich damit arbeiten, es ist wunderbar In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal